Wir sind zum Partymachen gekommen, die Warteschlangen sind lang Wir starten in die Saison und mit Tatendrang das Programm Wie auf Sparflamme, wartet ein Tagelang auf Empfang Nun haben wir Netz und bringen Rap, der Karate kann an den Mann Man kann es feiern, ignorieren und hassen In den Himmel loben und preisen, kritisieren und lassen Jeder wie er will, ich hoffe ersteres ist der Fall Lass sie sagen, mit uns hat Hip-Hop zwei Schwergewichte im Stall Währung nicht überall, machen Tanzflächen voll Muss uns nur sagen, welchen Laden wir in Brand setzen sollen Zwar nicht verfolgt von Journalisten, die uns ansprechen wollen Doch von der Fans schaut ihr so zu, als wäre Schlamm-Catchen toll Die Party im vollen Gange, die Leute in Euphorie Geben Gas, volle Kanne, bedeutet es läuft nie Und macht euch bereit und ladet jeden Es ist super Spaß, die Kinder in diesen Corona-Tilen zu haben Weil ihr könnt mit ihnen sein und spielen mit ihnen Und persönlich habe ich nicht erwartet, dass ich sie so viel liebte So, uh, that's a pleasant surprise They're just too cute So I realized by this point I have this huge content library I mean 208 vlogs or something I need to make better use of all that content As an example, you know, I have it vlogged the first time I went to New York City The man, the myth, the legend I like the hotel room you got us You got to go big with the view New York, baby, I'm here I mean that skydiving experience Well, the former just goes, do you understand that you could die from this? And that kind of brought me down a little bit How do you feel, Adam? I'm nervous as fuck, man I just don't want to die today, that's it Party, we're gonna party tonight So I have to drone up and running in the hotel room The whole trip was epic Or as another example, that time we reversed down all of the Corona road For some reason, Nick Kepper is risking everyone's life Go and switch down the mountain Nick, what are you doing? Practicing There's just tons and tons and even more content That I want to be better at intertwining in my vlogs Because I've built this whole vlog world right now Putting your makeup on? Yeah I must say, Air New Zealand has very good service Oh, thank you very much, did you enjoy your flight? I need to make, you know, the full circle Okay, so I have to get a picture I'm like pretty much We are so very well now that I have seen you It's absolutely amazing Congratulations on everything that you've accomplished Ah, thank you Wow Yeah You know, I hired her to come up to me just to impress you You did not do that That kind of thing, if that makes sense Other than that, stay safe and have a good week Peace Dreh die Scheiße auf und feier das Was Like that bilge W Vielen Dank.